so liebe freunde es geht weiter mit cyberbank 2077 und jetzt werden wir uns da vielleicht einer nebenmission widmen und nicht nur die hauptmission weitermachen und zwar haben wir ins journal jetzt sollten wir ins afterlife gehen aber das lassen wir noch ein bisserl jetzt werden wir mal unseren lieben freunden victor den ripper dog besuchen und ihm unsere schulden zurückzahlen das könnten wir aber eigentlich auch machen mit der schnellreise und zwar ist die dahinten wo soll die sein da vorne irgendwo 40 meter und da haben wir sogar was zum verkaufen das werden wir auch gleich nutzen weil wir haben ja vorhin einiges abgestaubt und wenn da jetzt ein bisschen was verscherbeln an die sachen die man nicht benötigen das ist alles kohle die brauchen wir jetzt weiß kann man sowieso hemmungslos verkaufen teilweise kann man es natürlich zerlegen für die mods also diese upgrade und aufwertmaterialien das mache ich dann meistens bei die grünen oder blauen sachen und jetzt lege gern das tun wir weg das können wir auch zerlegen weil das können wir noch nicht nutzen so natürlich ikonische selten ikonische waffen oder sollte man nicht zerlegen die gibt man eher ins lager weil vielleicht kann man es ja im lager an der wand anbringen muss dann halt automatisch hinein wenn es dafür gedacht sind und da steht er nicht dabei hopperle die kannst du ins lager in die wand stecken sondern muss man jetzt probieren und das machen wir auch so das werden wir jetzt legen jetzt schauen wir da noch her das legen wir natürlich nicht dann die die hose mal auf alle fälle wird verkauft weil die werde ich mir genau nie anziehen unser blut und blut und blut und blut und blut und also mal los weil wir haben jetzt ein bisschen eine langere hose an das ist haben wir uns dann gleich an schlechter weg damit haben wir ansäubli den top nehmen wir uns nicht an obwohl das einzige gute ist hat bonusschaden gegner gehe eher gegen gegner mit hoher betrungstufe fünf prozent mehr schaden könnte man noch aufheben aber ich glaube da kommt sicher wieder was besseres das ist sogar höher als unser jetziges das werden wir uns anziehen das legen wir aber eher für die für die materialien und da ist jetzt nichts aufregendes dabei passt ne 823 sehr gut die jacken die mailstrom jacken die gefällt mir eigentlich wenn ich ehrlich sein soll eh nicht gefällt mir schon besser oh eh da nix da mit dem kopf so das werden wir jetzt gleich mal zerlegen wie man sieht kriegen wir da schöne upgrade komponenten die wir brauchen und wollen wolfsschule jacke jetzt legen wir natürlich auch nicht die kommt dann ins lager und wir gehen jetzt da übers schnellreise system diese schnellreise ja 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 wissen wir dankeschön und ich habe einen motto installiert dass ihr nicht wundert den werden wir dann auch einmal probieren und zwar wenn man dann in dem gebiet schon war und etwas aufgedeckt hat man kann mit der metro fahren und für die immersion super geil das werden wir uns auch einmal anschauen macht sicher was genau ein geiles spiel ist ich hoffe da machst du nicht mehr ich hoffe da machst du nicht mehr sonst riecht du gleich noch leiche Servus, mein lieber Freund Sehr richtig So gehört sie das Gute Freunde, strenge Rechnung Schauen wir gleich mal um Mal vielleicht schon was nutzen können Der Wickerl Das kennen wir ja noch nicht Verstärkte Sena Doppelsprung, oh ja Dann haben wir nur mehr 2000 Aber das ist mir wurscht Bestätigen Ich will das Der Doppeljump ist halt einfach das geilste So, jetzt am Ende haben wir 2000 Wiedersehen Weil Okay, da ist jetzt ein Gitter Da können wir nicht jumpen, gescheit Da sieht man, schau Normaler Jump, oder Bum, bum Kommt man normalerweise nicht auf Dann kann man schon nette Erkundungstouren starten Wie man sieht Geil, oder? Also da kann man sich dann richtig austoben mit diesem Doppeljump Das ist nämlich sehr sehr geil So, hier gibt es zum Afterlife Das werden wir aber noch nicht machen Weil Der Auftrag Was ist das? Wartet bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist Okay, das geht jetzt noch nicht, oder? Okay, da können wir gleich mal ein bisschen mitmischen Da fräst aber Knurschrauben. Ich kipp's jetzt den, aber ich bin komplett im Visier und treff ihn nicht. Ohohoho, da gibt's viel zu looten. Die Puffen müssen wir wegstecken, weil sonst werden sie nervös, die Polizisten. Da sind wir dumm so dann. Oh zack, da ist ja ordentlich zugegangen. Alles ist selber eingesteckt oder was? Ja, kein Problem. Wir sorgen auch anständig für Ordnung. Na, ich hoffe doch. Novaki, da liegt ja noch immer was herum. Lustig, dass die alles selber eingesteckt haben. Das wird ja hoffentlich kein Blödsinn mit einem Mod sein. Übrigens, die Mods, die ich mir da installiert hab, haben eigentlich alle nur hauptsächlich was entweder grafisch oder irgendwas, was jetzt nicht direkt ins Spiel, also nichts von die Fähigkeiten her. Von den Fähigkeiten her, das ist alles original. Nur so ein bisschen mehr Immersion, genauso wie man sieht's vielleicht leicht. So ist das Original. Ich hab ein Reshade auch drauf, weil es halt einfach jahrelang schon ein Reshade verwendet ist für die diversen Spiele. Weißt du was? Ich kann jetzt nicht reden. Ich bin im Dienst. Weiß nicht. Genau da. Hey? Da hat sich das Wagerl vom Mr. Sandler selbstständig gemacht, ne? Das ganze Pezack. Dann schauen wir mal, ob es in der Nähe vielleicht wo einen Auftrag gibt. Ich glaub, die werden teilweise noch viel zu hoch sein, aber wir könnten da natürlich mal her schauen. Jawoll, dann werden wir nämlich gleich unsere... ikonischen Sachen da ins... in unser Lager geben. Ich würde ja nicht aus Versehen vielleicht verwurrstellen. Kann da was besseres dazu kommen? Nein, außer die, aber die braucht Konstitution 10. Also somit kannst du sie auch knicken. Du siehst, da können wir gleich jetzt legen, die Sachen die wir nicht brauchen. Äh, 3746. Äh, jetzt werden wir einfach mal ein bisschen was zerlegen. Wenn wir verkaufen. Jetzt legen. So. Okay. Na, wie süß da los. Eppe auch. Leute. Na. Esos na. Schauen wir mal zu dem Auftrag hin. Wir werden... Okay. Wir werden wissen, ob es gut war da, nicht. Ups. Da können wir ja. Aha. Hey, wie. Ein Freund von mir braucht Hilfe. Hat sein Auge verzockt und will es zurück. Also ein Implantat. Sollte richtig leicht verdientes Geld sein. Was meinst du? Etats anbei. Ja, freilich schon. Nachricht lesen. Und dann... Jetzt. Weil wer weiß, was auf uns wartet. Ups. Und... Also ich glaube, da wird es gleich sowieso Rambazamba geben. Somit wären wir da gleich... Okay. Ähm... Was ich teilweise nicht ganz verstehe, ist nur Habe. Was? Was ist denn das? Polizei-Inleitung. Wegen was? Ich schieße ja nicht auf die Zivilisten. 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 Rechts kann man nicht hacken, weil wir zu wenig intelligent sind. Wenn die Jakobs Lamps im Plantar hat. Achso, da habe ich jetzt schon Angst. Was steht da? Nix. Besser aus einer Maschleswende. Können wir doch hier vielleicht lernen. So, total. So, ich schieße mal die Zivilisten. Okay, hat irgendjemanden eine Zugangskarte? Da warten ein paar, die wollen auch unbedingt mit uns spielen, das machen wir gleich. Okay, kommen wir zu euch meine kleinen Freunde. Okay, können wir spielen, vielleicht, also 4 sollten wir die Intelligenz schon geben, also eins noch dazu, dass wir diese Sachen da hacken können. Ja, Jakob Lambs Auge. Oh, ein Häuschen. Rosa Eskalarta. Slimfit. Problem mitgebebe. Oh, toll. Da ist nix da in. Sonst auch nix. Ja, das sage ich einmal, da glaubt es mir keiner. Wo sind denn das? Öffnen wir. Was zum? Na, na. Na, na. Schauen wir natürlich gleich, wie der Oma irgendwas Nettes bekommen haben. Neu, die ist stärker. Dann gehen wir einmal da runter. Schrotflinterl und die können wir auch aufladen. Das ist halt auch witzig. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh. Häubli. Besseres Kaperl. Das nehmen wir einmal die Kaperl. Werden wir aber ausblenden. So toll finde ich das jetzt nicht. Und da. Hui. Da gibt es auch was noch. 27. Schon gesehen. Es war. 25. 7. Was für ein. Na, ok. Ja. Ja. Na, hab ich der. Schlangenheder. Schlangenleder. Ja. Das ist aber. Schaut aber nicht so schlecht aus. Wie gesagt, man rennt ja sowieso im Eisensombertum wie ein bunter Vogel. Jetzt werden wir uns die da auch noch vornehmen. Tun wir dir nicht weh. Versprochen. Ja, das ist sehr nett. Zeichern. Was? Das Date. Ja. Der Pfarrge Bastard hat mich angegriffen. Oh. 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 Na komm. Oh. 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 Das ist gar nicht so schlecht das kleine Ding da. Goldkette, das ist Junk. Das schaut arg aus, diese Implantate. 27,7, die dürfen sogar noch stärker sein. Wilde Waffe, Novaki. Geil. Da werden wir halt gleich mit anfangen, einere Autos fahren. Das ist nämlich immer, wenn man solche zwielichtigen Gestalten, wenn man die, sagen wir mal dazu, beseitigt. Dann, die haben, da stehen dann meistens Autos immer dumm. Dann kann man die auch, äh, die Autos von denen oder Motorrad nehmen. Die verschwinden wieder, also die gehören einem da nicht, aber man kann halt mit denen schon mal ein bisschen herumdüsen. Also ich muss sagen, das hat nicht schlecht geklappt. Ich überlege, dass ein Implantat am Übergabewort, 70 Meter. Dann fahren wir gleich mein Auto hin, nicht? Geil. Schauen wir, was dafür muss. Wir stehen uns einfach am Gehsteig, ist ja egal. Jetzt ist mir nicht gespannt, ob dann das Auto weg ist, wenn wir wieder herkommen. Quasi, sie können es uns jederzeit wieder wegnehmen, weil es gehört auch nicht uns. Da haben wir oft so einen Übergang. Das ist eben meistens dort, wo man die, ähm, Sachen auch verkaufen kann. Annämen. Jackab hat sein Auge wieder, also hast du den Auftrag erledigt, aber, wie? Das war keine gute Arbeit. Was denn? Was? Streng dich nächstes Mal mehr an, okay? Auftrag erledigt. Und danke. Achso, das ist wahrscheinlich wegen, weil der Zivilist, äh, involviert war, ne? Aber man kann nicht alles haben, ne? Wie man sich schon sagt, oft hast du Pech, ne? Oder wie man so schön in Österreich sagt, schön weiß ich es auch, weiß ich, ne? Kann man drehen und wenden, wie man will. Das werden wir jetzt legen, alles nix. Und das Krempelgeschichte halt, werden wir auch weg tun. Oh, bessere Brillen, die werden wir uns dann gleich anlegen. Bessere Schuhe! Da! 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 Das gleiche im Browser, also, damit kommt das weg. Und die werden wir uns anlegen. So, da! Das wird sehr oft passieren, weil ich stehe drauf. Man freut sich über neue Sachen. Möchte die natürlich auch gleich anlegen. Bessere... Oh! Oh, ein besseres Höschen. Ja, das ist ja jetzt einmal gar nicht so zu widern. Gibt, hab ich schon schlimmere Hosen gesehen, muss man auch sagen. Für das, die Schuchter kann man jetzt darüber streiten, aber sind ich eigentlich späßig, ne? Eigentlich, eigentlich, eigentlich schaut das gut aus. Jetzt legen wir auch, so, schauen, 5600 haben wir auch schon wieder. Upsi. Und da ist das Spiel abgestürzt. Dann sind wir wieder da. Zip, papa. So. Da sind wir wieder. Naja, vielleicht will ja. Wider spielt jetzt irgendeinen Mod nicht. Also, Car-Modification-Mod ist neu und das Metro-System. Schauen wir, vielleicht müssen wir irgendeinen Mod entfernen. Das kann natürlich sein. Ähm, wir werden schauen, ich glaube, Cyber-Psychos, ob das nicht noch ein bisschen zu hart ist. Aber wir könnten einmal hinschauen, weil das ist in der Nähe. Und da haben wir auch etwas, äh, da haben wir auch etwas, äh... Schauen wir dort her mal. Ja, das hat mir hin und wieder, solche Überblendungen da. Was auch immer da, das spüren, nicht wir. Oder schon wir, oder... Opa! Ja. Ja. Na gut, schauen wir uns das einmal an, was da los ist. Ja, Regina. Hey, wie? Kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Dogs. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Okay, das mit den lass ihn leben ist halt jetzt leichter gesagt als getan. Wenn man Mods reingibt, kann man die nicht mehr rausnehmen. Und so einen Mod haben wir noch gar nicht. Ja, wir werden sehen, was wir tun können. Aber damit... Wir haben nur das. Ja, schauen wir mal. Eins noch. Was denn? Warte, was da oben ist super schön. Das ist ja super fern. Und da liegt ja schon die erste Leiche. Und da liegt ja schon die erste Leiche. weg und Praise that you. Leck mich doch im Arsch! Electric button button Councillor Knúcke! Hallo schnuppi, wo hinter sich? Hat er gesagt schnupp, oder? Das kann nicht sein! Das ist der Lehmat, der noch. Das kann nicht sein! Ja klar kann das sein, hab ich ja gerade gemerkt. Das kann nicht sein! Oh! Ohhhh! Ach Alec Liebling, ich habe dir doch gesagt, dass du die Finger vom Glitter lassen sollst. Das Zeug wurde entwarf, um total abhängig zu machen. Deswegen tut es so weh, wenn du versuchst damit aufzuhören. Damit auch Schmerzeditoren und Medikamente nicht dagegen helfen. Nur Paramotacol von Bodyweight Life Perservation Systems klappt vielleicht. Soweit ich weiß, gibt es welches in einem ihrer Läden in Little China. Aber leider kostet Paramotacol ein halbes Vermögen. Und um dein Glitterzittern in den Griff zu kriegen, wirst du es dir einwerfen müssen. Wie Popcorn im Kino. Und wir haben ihn überleben lassen. Sehr geil! Ich hätte meine Tochter, er wird sterben. Anrufen wollte ich eigentlich nicht. Wir hätten Tab drücken müssen. Ach, Browder macht er mit dir. Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Hab ich nicht. Information ist eine Waffe, Bi. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut. Aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal chrombesetzt. Jetzt ist alles nur noch Ost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Und das ist keine Metapher. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Jedenfalls nicht in einem Satz. Kurzen. Bis dann. Reivi, denk dran. Die Medien lügen. Bom. Seeker Taken. B9, 1C, I9, also BD, 1C, BD, 1C, BD, 1C. Genau. BD, 1C, I9, BD. Entwurf des Berichts Vertrieb am Tag. Könnte man vielleicht lesen, oder? Ich habe mir unsere Einnahmen und Ausgaben für diesen Monat angeguckt und es sieht aus, als hätten wir seit unserer ursprünglichen Investition nicht schlecht Profit gemacht. Ich habe mit Franky gesprochen, der Wache. Der meint, dass Glitter mit Paracetamol gestreckt die beliebteste Version ist. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit vermehrt Versuche gab, ins Lagerhaus einzubrechen. Weil die neueste Mischung extrem süchtig macht. Deshalb will er mehr Wache und verbesserte Sicherheitsverkehrungen haben. Selbstverständlich habe ich diese Idee sofort abgewürgt. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn jederzeit durch einen kranken Tauroboter ersetzen können, wenn er seine Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen kann. Also wird er sich bestimmt nicht noch einmal beschweren. Langfristig stellt sich die Frage natürlich trotzdem. Vielleicht wäre es kosteneffektiver, uns statt ihm einen Roboter zuzulegen? So oder so rechne ich mit zunehmend Gewinn in der nahen Zukunft. Auch wenn wir noch keine zuverlässigen langfristigen Prognosen machen können. Der wir noch nicht wissen, welchen Einfluss unser Produkt auf die Lebenserwartung der Kunden hat. Berichten zur Folge gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Verteiler-Netzwerk und zahlreichen Fällen von Cyberpsychose. Aber das wird im Bericht selbstverständlich nicht erwähnt werden. In ein paar Monaten können wir eventuell genauere Prognosen aufstellen. Dafür habe ich Frank damit beauftragt, mit seinem Revier die notwendigen Taten zu sammeln. Nun, der hat auch nichts mehr davon. Echt? Das ist da leicht. Ich dachte, vielleicht kriegen wir einen Namen von ihm. Das geht auch teilweise beim Scannen. Aber so wie es ausschaut, ist eben nicht so. Jetzt schauen wir natürlich, ob wir da alles gelootet haben. Und dann schauen wir nochmal nach hinten, wo man hinauf kann. Weil, wie gesagt, ihr habt es ja schon gesehen, man sollte überall schauen. Und nicht nur genau direkt dort, wo man ist, sondern auch ein bisschen weiter. Oder? Alter. Oh, geil, oder? Das flasht ja ordentlich. Lol. Achso, das ist so eine Rakette. Die starten ja teilweise. Das wäre natürlich witzig, das abzuwarten. Schaut, das war jetzt natürlich super genial gewesen, wenn die Rakete startet. Aber dem ist leider nicht so. Wo sind wir da? Da am Rand. Und das ist da drüben. Okay. Ja, es wäre interessant eigentlich, ne? So, jetzt werden wir der Madame das schicken. Und jetzt machen wir es aber richtig. Und zwar Nachrichten öffnen mit Tab Regina Jones. Ich habe im Hafen einen kleinen Drogenring gefunden, der eine Riesenauswahl an allen möglichen vertickt hat. Die meisten Käfer waren arme Schlucker aus der Nachbarschaft, bei denen die selber psychotischen Ausbrüche gerade ansteigen. Gibt garantiert eine Verbindung zu dem neuen Drogencocktail, der gerade Wellen schlägt. Unser Junge schläft jetzt tief und fest hier und wacht so schnell nicht auf. Bereit zur Abholung. Mit einem Bluttest solltest du herausfinden können, was alles durch seine Adern fließt. Sehr gut, danke für das Update. Konzerne machen sich ungern die Hände an Gossendreck schmutzig. Aber wenn ein Dealer Glitter mit Kohlenstaub oder sonst was für Scheiß vermischt, sehen die Sea-Eddy-Zeichen. Das Geld fließt weiter in ihre Taschen und ein paar Unerwünschte verschwinden für immer von der Straße. Win-Win-Situation. Jawohl! Das ist eine geile Sache. Und Level Up! Und Street Grade auch in die Höhe. Das gefällt mir sehr gut. Für uns ist hier nichts. Das ist mit Mission abgeschlossen. Sehr richtig. Das ist mit gesichert. Was ist da unten? Das wollte ich genau nicht. Ei, 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 ei. Na gut. Kommen wir da wieder auf. Oh, jetzt kommen wir auf. Fächer. Aha. Aschenbecher. Da kriegen wir ja ein bisschen Schraut. Zumindest zwei Sachen. Können wir auch bauen. Oh. Ha. Na, ich denke ja gar nichts Geheimversteckerl. Und... Na gut. Du bleibst liegen, die kommen die gleich rein. Na, hippie schaut auch nicht aus, ne? Na gut, Leute. Brav waren wir. Brav waren wir. Brav waren wir. Aha. Aha. Ja, da liegt so leicht. Mit denen. Was sind das für welche? Wo liegt die da, oder? Feichern. Aha. Was ist da los, was wird da gespielt? Aha. Aha. Na klar, das ist schon wieder so ein Gang. Da könnten wir uns einen Motor ratschen machen. Ja. Das flasht aber auch nicht gerade wenig, ne? Siehst du, der verkauft nichts. Da isst's lieber selber das, was er macht. Ja. Auch nicht deppert, ne? Ja. Aha. Da haben wir ja noch mal ein Breach-Protokoll drauf. Und zwar... Wo müssen wir hin? Da rein. Batsch, Batsch. So. Aha. Aha. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ja. Ja. Ja, nicht mehr los, genau. Ja, bomb sich heute auch was zuerst. Ja, bomb sich heute auch was zuerst. Ach. Wir brauchen Erfahrung und EP und Loot und Kohle und weiß nicht was. Also, alles her da. Streetcred steigt damit natürlich auch in der Höhe, das ist... Welches nehmen wir? Mh, das schaut geil aus. So, Leute. Und so verabschieden wir uns und ich sag danke fürs dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Cyberbank 2077. Tschüssi und Baba. Tschüssi und Baba. Tschüssi und Baba. Tschüssi und Baba.